Der Deutsche Fußballbund will in Zukunft keine Kollektivstrafen mehr verhängen, wenn Fans sich daneben benehmen. Bis auf Weiteres wolle man auf Sanktionen wie Blocksperren, Teilausschüsse oder Geisterspiele verzichten, so DFB-Präsident Reinhard Grindel heute. Auch der 1. FC Magdeburg wurde zuletzt wegen Fanausschreitungen gegen die Reserve von Werder Bremen im September vergangenen Jahres mit einer Sperre des Ultra-Fan-Blocks bestraft. Statt Strafen wolle man auf Dialog setzen, um Vertrauen aufzubauen und Missverständnisse auszuräumen, sagte Grindel. Er machte unmissverständlich klar, Zitat, hierzu gehört der Verzicht auf Gewalt. Die Drittliga-Vereine und Fan-Organisationen in Sachsen-Anhalt begrüßen größtenteils den Schritt des DFB. Mehr dazu finden Sie aber auch auf mdr-sachsen-anhalt.de.